wieder fett unnötig zeit verschwendet hier fährt hier rum der fährt hier rum und kommt dann da lang hatte ich eben da aber erst brauche ich ein heli ihr habt den heli jetzt nicht ernsthaft genau da keine worte keine worte habe ich dafür nachsicht ich weiß dass ungefähr dort wo ich markiert habe da im hang spawnt der heli wenn ich ihn rufe glaube ich zumindest so hat die rebellen gebeten die gegenseite chemiker die rebellen um ablenkung gebeten habe indirektes feuer angefordert ich wollte die drohne nicht raus holen dieser stein was ist denn heute los na gut wobei es lief heute eigentlich bis jetzt gerade echt gut ja fuck dumm gelaufen als ich den stein gesehen habe war es schon zu spät als ich gesehen habe dass der ein bisschen weiter aus dem boden raus ragt einfach mal dagegen geklatscht ich mache das jetzt so aufwachen die rebellen um indirektes feuer gebeten es geht nur darum dass da ein bisschen action ist wir haben jemanden wachgerüttelt ihr leutnant rett weg so der müsste da am hang spornen ich bin schon wieder zu weit weg aber den alarm hätte ich vielleicht deaktivieren sollen so hey ab bei den rebellen fahrzeug bestellen wir vorne am hang wie ich gesagt habe den heli hätte ich deaktivieren sollen wie weit will der denn steigen sagen wir hätte gar nicht mehr aufzusteigen toll habe ich noch einen schuss nein nein wehe ihr tötet den das ist meine das war noch kommen bald auch noch zwei autos wir haben das paket der richtung zumindest haben sie das bisher immer gemacht aber diesmal scheint nichts zu kommen das gut 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 schön schön zu ihrer rechten sehen sie die energy drink fabrik ich mache nur energy so hat gut geklappt immerhin beim dritten anlauf übrigens wenn ihr konvois braucht ein 5000er konvoi teleportiert ihr euch von irgendwoher an diese hier an diese an diesen an dieses safe house spawnt eigentlich immer da ein 500er konvoi also ob es wirklich immer ist kann ich nicht sagen aber es ist auffallend oft und der heli spawnt dort wenn ihr ihn ruft also kenne ich doch zwei spawne punkte ja der bildschirm auch schneller die zeit läuft der booster läuft nicht mehr lange der booster läuft bestimmt nicht mehr so lang schauen wir mal schnell 13 minuten da schaffen wir noch eine mission und zwar die drobenkurierärzte die schmuggelaktivitäten des kartells haben einen schweren schlag erhalten selbst wenn sie die anlage neu errichten hat ihnen der verlust des rezepts für flüssig kokain irreparablen schaden zugefügt und der tod von elgato stürzt die gesamte organisation ins chaos das passiert wenn sich der boss für unständlich hält danke für die meldung bohrmann wir wechseln jetzt zu einem anderen einsatzgebiet so ungewohnt mit der alten nachtsicht rumzulaufen oder der originalen nachtsicht doch immer dieser generische schrei scharfschütze oben auf dem turm scharfschütze mit doppel a seht ihr den bau da drüben? sieht aus wie ne methadon klinik das war mal die apotheke der stadt jetzt bestückt das kartell hier die kuriere du meinst die müssen das zeug schlucken? oral ist eine möglichkeit wo eine körperöffnung ist stopfen sie auch koks rein und momenten wir sehen ein bisschen nervös aus ich hab irgendwie vergessen aufzuhören weh zu drücken boah ja ist klar ich wollte gerade sagen da kommt ein soldat ausnahmsweise mal insta ungeweibel aua ne ne nicht auf mich dass die unidaz sich immer einmischen muss so echt die patienten sind den ärzten scheißegal ihre einzige sorge gilt im transport wartet roger ziel markiert so geschafft kartell zikarius greifen in den kampf fein die kartellärzte sind tot ziel erreicht die klinik ist geschlossen so dann vielleicht schaffen wir noch die quinoa fabrik die ist auch nicht schwer mit der drohne noch einfacher ist sie mit dem heli der raketen schießen kann aber naja kann ich alles haben da muss man aber auch aufpassen mitten in der basis steht ein flugabwehr geschütz wir haben ein problem die unidaz ist da gar kein problem wir fliegen einfach weg da ist es das flugabwehr geschütz seht ihr das kochen das hat ja gar nicht bbbk bbbb bb bbb gemacht wenn wir reinkommen und die fließ wenn Sender lahmlegen fällt die gesamte anlage aus kam einfach eine rakete geflogen ich war noch gar nicht vorbereitet sprengt drohne sei dank ist das aber recht einfach das ist ein mainz ist ein volkino und zwar unterm dach hängen geblieben aber war nicht so schlimm gebeten die gegend für uns aufzuklären ich hasse das sind die wenn die hitbox von den felsen zu groß ist ich hatte das schon so oft vor allem ist es im multiplayer nervig ich hole mal hier verstärkt haben die um verstärkung gebeten nur den booster noch ausnutzen bevor die verstärkung sagt wie viel booster haben wir noch neun minuten was schaffen wir denn noch in den minuten in dem gebiet nix mehr das gebiet ist tot quasi hier hätten wir den gefangenen der ist ja da da wenn wir ihn befreien können wird der el kommandante in nullkomman nichts in die pfanne da vorne ist der heli da ist ein sniper runter wir haben den scheiß heli so jetzt schnell damit wir das noch schaffen dann muss dann ja auch noch verhört werden ich bin noch nicht im turbo modus jetzt bin ich im turbo modus gut das habe ich den flugplan zwar nicht gemacht aber die zehn minuten fliegen können wir uns auch schenken in dem fall dann ausgesetzt wir werden hier jetzt nicht von der flugabwehr geholt medikamente konvoi mit heli unterstützung ist doch ein medi oder? ja das ist ein medikamente konvoi ein medikamente konvoi schnell runter raussteigen schnell und nicht sterben wenn es geht ich habe die rebellen gebeten die gegend auf zu klären mit bleibfahrzeug zerstört was hat dir der truck getan? glaubst du da ist noch was übrig? geh in position so haben die was mitgekriegt? ne sehr gut so da kommt aber noch ein unidad auto vorbei irgendwo da oh da ist noch einer ne ich brauche ein mtw da war einer da sehr gut dankeschön pack nein ich egal kann ja schnell umswitchen bitte entdeck mich nicht ich bin nur ein normaler mtw der hier rückwärts fährt du kannst hier nicht reingucken na toll schieß geht doch oh fuck jetzt kommen wieder zu viele ich habe den nicht gesehen die können mich sehen ich hasse headglitch ich hasse headglitch aber vielleicht wäre ich auch diesmal nur einfach nur blind trotzdem hasse ich headglitch ich habe es gemerkt na warum schießt ihr denn nicht zurück? scheiße noch einen toten dann war es das das läuft hier absolut fuba du kommst mit hier rein da rein da schneller ich zeig dir der mutter gleich wie artig du warst so und ab dafür ne nicht angreifen so wie viel booster zeiten hat uns das gekostet drei minuten noch oh je das wird knapp schneller wir müssen den auch nur verhören damit die mission zu ende ist beziehungsweise ihm sagen was er sagen soll dass er kommandante abspringen will und einen weg sucht dem kartell in den rücken zu fallen hallo guten tag oh fuck nein oh scheiße was war das denn na toll das wars ich bin dann jetzt offiziell tot so kann ich den rausholen ich kann nicht mehr rausholen was soll die scheiße ich brauche ein auto ach so der ist schon draußen deshalb kann ich nicht rausräumen der ist selbst rausgekrabbelt wo ist das ding hin da vorne ach du scheiße nein oh gott ich dachte gerade er will mich überfahren also die drei minuten können wir uns können wir vergessen ich denke da sind wir uns einig das ist mir echt noch nie passiert dass ich ein mtw dadurch dass ich irgendwo drüber gefahren bin auf den kopf gedreht hat auf den rücken gedreht hat was auch immer umgedreht hat halt was war das denn verdammte kacke weg da guck nicht so doof steig halt schützenplatz ein mir egal das bin ich natürlich auch noch wieder falsch abgeboten weil ich es gewohnt bin über die kreisen zu fahren ja schneller nein ha 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 naja nein nicht passagier rausholen so siehst du ich kann ihn hier draußen nicht verhören aber wenn ich hier reingehe geht's da kann ich ihn verhören wo ich will aber ich muss einmal mit ihm dort gewesen sein ja so listo was zur hölle wollt ihr von mir bringt ihr mich um oder was liegt bei dir bist du bereit dem kartell eine nachricht von mir zu bringen was willst du denn dass ich sage sag dem buch schon schätze der zuhört dass el kommandante abspringen will er sucht einen weg dem kartell in den rücken zu fallen so boosterzeit der letzte booster den ich aktuell habe aber ich kann jederzeit noch nachkaufen habe noch genug von dem münzengedöns du willst ich gehe so ach stimmt man muss ja noch mal ausfahren um zu vergessen wir sind hier fertig ziehen wir weiter boosterzeit verschwendet so so dann machen wir jetzt ist da oben wieder die medialuna untersuchung wo wir den typ verhören ok wir sind ungefähr halb hat das jetzt gemacht jetzt ich versuche es mal mit einem absichtlich lauten vorgehen indem ich mit diesem teil einfach in die basis reinfahre mal gucken ob das klappt schön vorsichtig damit wir uns nicht wieder auf dem rücken drehen oder auf dem kopf oder was auch immer ich würde diesen typen gern hier hinten in das in den wagen rein sperren und dann mit ihm weg fahren und dann woanders verhören aber oder ich mache es glaube ich doch besser leise aber dann komm ich probiere es einmal laut und naja wenn ich dann wenn es nicht klappt dann klappt es halt nicht ich würde zwar gern selbst schießen aber gerneSimulation Feier 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 Dankeschön Feier 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 Make sure Feier 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 Best خ às 5 Aber nicht alle. Aber unser Teil qualmt. Das ist nicht gut. Ich ruf Verstärkung. Verbelly Verstärkung. Ich lege an. Ich rufe die Rebellen zur Ablenkung. Hey du. Toll. Weißt du was ich noch hören hier oben. Komm. Jetzt ist die Mission vorbei. Erzähl mir was schönes sonst. Aber hat eigentlich an und für sich ganz gut geklappt. Sofern ich jetzt nicht noch mal sterbe. Was Gutes. El Comandante hat einen Santa Blanca Leutnant gefangen genommen. Er holt Informationen aus ihm heraus. El Comandante sucht nach Schwachpunkten des Kartells. Wo ist dieser Kerl jetzt? In einen Convoy. Auf dem Weg zum Hauptquartier. Quartier. Ich glaube so schnell waren wir mit dieser Mission noch nie fertig oder? So. So. El Comandante. Allerdings. Das Kartell ist hinter El Comandante her. Jetzt können wir den Bastard ausschalten und es El Swenno angreifen. Töten Sie El Comandante und schicken Sie mir ein Foto von ihm. Ich muss mit dem Heli. Ich habe doch Mörser. Das Problem ist. Die ganzen Rebellen stehen um die Mörser rum. Aber es hat deren Problem. Soll sie nicht dumm da rum stehen. Ich brauche auf jeden Fall den Heli. Ich hole die Rebellen, damit sie sie ablenken. Damit sie sie ablenken. Sissi. So. Ich bin zuversichtlich, dass wir demnächst Tierstufe 2 erreichen. und damit fast am Ziel sind. Was auch immer du sagst. Der Kommandante ist natürlich schwer auf extrem. Hey. Ich könnte ja auf Arcade umstellen und dann. Bevor wir die Mission zu Ende führen. Was ist denn hier passiert? Also Flugzeuge. Und Fahrzeuge. Und ein Flugabwehrsystem. Nein. Heute nicht. Motherfucker. Not today. Oh shit. Not today. Oh je. Oh. Was war das denn? Die Rakete ist einfach despawned. Gut. Oh. Was war das denn? Holy shit. Das ist noch nie passiert. Ich fliege mich jetzt erstmal hier hin. Kann mal bitte jemand, kann ich der Kommandante markieren, damit er von ihm ausgeschaltet wird? Ja. Cool. Zack. Oh. Was machst du denn hier? Ich dachte gerade du wärst ein Freund. Die Scharfschützen muss ich ausschalten. Oh. Schon wieder so einer. Oh. Weg da. Munition alle. Das Problem ist, das wird jetzt immer schwerer. Deshalb muss ich schnell da runter und den identifizieren. Bauman. Wir haben das gewünschte Foto von El-Kommandante. Ich schick's rüber. Mein Gott. Ich kenn den Typ. Das ist Miguel de los Monteros. Mein Vater ist Verteidigungsminister in La Paz. Sieht aus, als hätten die Miguel mit einem Geheimauftrag nach Medialuna. Das ist doch mal hochgehen. Sieht aus, als hätten wir allen den Spaß verdorben. Die großen Jungs in La Paz werden nicht glücklich über uns sein. Und? Das war's doch jetzt. Wo kommen, wann, wo bleiben meine Tierpunkte? Warum kam, warum, warum kam dann nichts? Keine Meldung über die Tierpunkte. Egal. Manchmal kommt halt keine Meldung. Haben wir hier was? Nope. Haben wir hier was? Nope. Haben wir hier was? Nope. Haben wir hier was? Außer Flugplan? Nope. Äh, Espiritu Santo. Das ist hier. Jawoll. Machen wir die nochmal. Esteban Ibarra ist La Santeras Verteidiger und der Kontaktmann des Kartells für den Kult in Espiritu Santo. Es wird Zeit, dass Ibarra Santa Muerte gegenüber tritt. Arrangieren Sie die Begegnung. Nein, ich wollte nicht Schütze sein. Ich wollte nicht Schütze sein. Oh nein. Ui, ist doch knapp. See ya, Bitches. Renate, los, los, los! See ya, Coochies. Oh oh. Aaaaah! Oh scheiße, ich glaub ich häng fest. Nein! Na toll. Oh oh. So, jetzt aber. Weg hier. Ich seh nix. Der Rauch. Der Dampf. So, jetzt können wir uns hin teleportieren. So, Espiritu Santo. Gehen wir hier hin. Fliegen wieder mit dem Heli in den Wald. Snipen den Typen weg. Und dann. Machen wir den Goldrausch im Norden. Und dann die. Die Bibel von Els Venu. Und dann. La Santeras Kapelle heißt die, glaub ich. Und dann La Santera. Ja. Dann La Santeras Soldaten. Und dann müssten wir auf jeden Fall. Die nächste Tierstufe erreicht haben. Denk ich. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollen von den Rebellen verdienen. Ziemlich viele Blinklichter und knüpfiger dran. Bereit, dreh auf. Ist voll geloben. Da sind so gut wie gar keine Blinklichter und Knüpfe drin. Guck. Guck. Kaum. Kaum Blinklichter und Knüpfe. Jetzt nehme ich alles aus. Oh. Ich seh nix. Ich wär ein guter Gallier. Ich wär der beste Freund von... Ich hör nix. Es gibt Feindaktivität. Ja ja, mir was. Vorsicht. Sicario mit einer Maschinenpistole. Ich seh niemanden. Der Parkplatz. Ziel am Boden. Wiederhole. Ziel am Boden. Guck. Perfekt. Dann Goldrosch im Norden. Von da aus weiter zur Kapelle von La Santera, um die Bibel von El Suenio zu stehlen. Schreien und weinen. Das, was die ISA so angefangen hat, deutet darauf hin, dass die Moral des Kartells echt am Boden ist. Tja, machen Sie weiter so. Bum und Ende. Bitte auf keine Kollision. Danke. Ich könnte die Mission theoretisch auch mal ohne Dingens machen. Ohne die... Ups. Ohne die Drohne. Ohne Drohne. Könnte ich machen. Könnte ich machen. Muss ich aber nicht. Ich mach's aber trotzdem mal für euch. Gar nicht. Der ist grad umgefallen. Mach schon mal Nachtsicht an. Oder vielleicht besser Wärmesicht. Ist der da oder ist er nicht da? Da ist er. Ich weiß, dass hier drin welche sind. Wo ist der andere? Keine Ahnung. C4. 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 Oh, bisschen essen. Hier, Feuer frei. Feuer frei. Verstanden. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Position halten. Verstanden. Siehst du, wo der schon hinlaufen wollte? Guck, der wollte grad schon da hinten hinlaufen. Glaube ich. Der wollte, glaube ich, da hinten hinlaufen, um die anzugreifen. Meiders. So. Schön gesprengt. Also nichts wie raus hier sofort. So. Jetzt Lassanteras Kapelle von Lassanteras. Dann ebenso. Ja, genau. Wissen wir. Sie selbst ist vielleicht nicht da, aber El Suenius Bibel soll dort aufbewahrt werden. Falls wir Lassanteras nicht kriegen, nehmen wir uns eben was geht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mich auf Breakpoint freue? Was ja, denn diese Folge erscheint, dürfte es noch etwas über eine Woche sein, glaube ich. Keine Ahnung, wann die Folge genau erscheint. Könnte auch sein, dass es genau nächste Woche ist. Ich habe ja auch vorbestellt, und zwar die dickste Edition, die es gibt. Ich habe entsprechend früheren Zugang. Das war mir wichtig. Was? Nee. Alter. Ich dachte schon, der fliegt bis da runter. So, einmal markieren bitte hier. Alles gut, alles gut. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Markiere Feind. Alles gut, alles gut. Ich habe ihn durch einen Schuss in den Rucksack getötet. Kann auch nicht jeder. Die anderen. Die anderen. Die anderen sind eigentlich fast egal, ne? Ich meine, die Leichen hier sind despawned. Passiert nichts mehr. Ich habe zwei Sikarios vor der Kirche. Die, auf die habe ich gewartet, wollte gerade sagen. Da sind doch immer noch, da waren doch immer zwei von denen, die da rum patrouilliert sind. Okay, alles ist gut. So. Hier ist ein Sikario. Neben dem Container, siehst du? Nein, sehe ich nicht. Die sind alle... Warum sind da so viele in der Kirche? Haben die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären? Es sind noch sonst nicht so viele in der Kirche. Ist gerade B-Zeit oder was? Ich bin nicht hier. Warte, die sehen dich. Ich bin gar nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier, nein. Bin ich nicht. Glaubst du nicht? Ich bin nicht hier. Dreh dich um. So. Das war knapp. Waren das alle, die hier drin sind? Ne, da ist noch einer. Ja, ist... So gerade B-Zeit. Bus und B-Zeit. So. Wunderbar. Dann haben wir die Bibel. Gute Arbeit, Santerra und Suenio. So. Dann als nächstes La Santerra und dann die Soldaten. Von derselbigen... Werden echt stinkig sein wegen der Bibel. Ich brauche allerdings ein Heli. Einfach über einen kleinen Heli. Die Santermuerte Heli. Passend zum Thema. Ein Santermuerte Heli. Der Wagen hat einen Alarm. Okay, aufatmen. Ohne Aufsehen zu erregen. Rein und raus. Sehr schön. Es kann ja auch mal alles rund laufen. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ich bin sehr stolz auf mich. Auf die nackte Schula geklopft. Ich habe die Aufnahme aus Versehen fast dreifach so lange gemacht. Tja, dann melde ich die Folge eben jetzt. Habt ihr eben halt mal eine lange Folge zwischendrin. Okay, bis gleich. Also für euch bis morgen. Eistä olden im Buch binden. Ja. Bis zum nächsten Mal.